Willkommen liebe Freunde zu einer neuen Runde Emergency mit dem Polizeibeamten eures Vertrauens mit dem guten Matt und wir haben direkt zu tun. Streife und noch eine Streife. Genau, wir sind nämlich bei der Polizei heute. Ich spiel wieder mein Main-Ding, wenn man so will. Die gute alte Polizei. Ich darf die immer noch nicht mit Tränengas abfeuern, die Zivilisten. Gut, weg mit euch, ihr seid durch. Der kann jetzt auch direkt rein. So, die sind weg, 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 weg. Schöner Start. Keine Verletzten und der Brand gelöscht. Sehr gut. Erster Einsatzdreck geschafft. Ich habe tatsächlich als Daily Aufgabe heute 25 Festnahmen durchzuführen. und vier Gruppen von Räubern zu überwältigen. Mal sehen, ob das klappt. Also hier muss gleich ein Rettungswagen noch hin. Und bei Zug in Flamme brauchen wir auch. Uiuiuiui. Der gönnt aber. Ich will mich da jetzt aber auch nicht einmischen groß. Ich könnte den einfach so mit dem hier Wertikopter abtransportieren und dann hätten wir es. Ah, okay. Dann macht der das. Hätte ich halt auch machen können. Ich weiß jetzt halt auch nicht, wie sie sich abgesprochen haben. Und wir haben übrigens Level 100 mal wieder. Den Güterzug gefahren. Alle weg da. Das kann explodieren. Angriff auf Baustelle. Hi. Finally. Haben wir mal was zu tun. Alles gut. Muss ich nicht gleich aufregen. Ich gehe direkt rein. Trenn Gas und rein. Aufpassen. Die gehören mir. Kommt her. Kommt Mädels, holt sie euch. Brennendes Industriegebiet. Ich stelle die Leiter. Festnahme. Sehr gut. Die ersten Räuber haben wir. Ich hoffe, das sind Räuber. Irgendwie gibt es auch hier wieder zweierlei von den Leuten. Ich kenne halt diese nur als Räuber. Gut. Hier ist frei. Hier könnt ihr in Ruhe arbeiten. Oh, sauber. Alles sauber. Schön, wenn man als Polizist auch mal sich um die Zivilisten kümmert. Na, dann geht sowas auch mal schnell. Oh, Schießerei auf verlassenem Gelände. Dreck mit zwei Swats dahin. Da fackeln wir gar nicht lange. So, ihr als Erste. Wobei, warte mal. Ich glaube, wir brauchen nur einen. Cool. Ich würde gerne als Erstes die hier wegmachen. Und danach in aller Ruhe die hier verhaften. Okay, das dauert ein bisschen, bis die da sind. Gas leckt, verursacht Brand. Ihr seid da ja noch in der Nähe, Jungs. 300 Meter, das geht fit. Durch den schnellen Zuge vor allem brauchten wir hier eigentlich nur eins Wort. Schnell, dass sie hier wieder arbeiten können. Alter, das Ding brennt lichterlob. Arbeiter gefangen in brennender Lagerhalle. Ich mach das erstmal hier nur mit... Wobei, ich glaube, wir können hier in aller Ruhe doch eine zweite Stunde hinzufügen. Und jetzt weg mit euch. Schnell, schnell, schnell. Zumindest einmal ganz kurz einen festnehmen. Das ist gefährlich vor dem Club. Okay. Du fährst mal mit hier hin. Das sind 800 Meter. Jetzt habe ich mir vielleicht so ein kleines Eigentor geschossen. Gut, 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 gut. Wir gehen da mit vier Mann rein. Das passt dann schon. Ihr als erstes, dann ihr. Schnell. Auftrag ausgeführt. Neuer Einsatzbefehl eingegangen. Bereit, besteht, hört, verstanden. Ihr transportiert ab. Ihr kommt wieder. Oh, also das mit den 25 Kriminellen sollten wir locker hinkriegen. Wurde abgeschlossen. Gefährliche Situation vor dem Club. Einmal weiter hier festnehmen. Angekommen. Bereit. Verstanden. Bereit. Gehre zur Basis zurück. Neuer Einsatzbefehl eingegangen. Rohrarbeiten sorgen für Chaos. Höre. Okay, den kriegen wir nicht mehr eingeholt. Neuer Einsatzbefehl eingegangen. Und eine brennende Schule. Okay, wir machen erst die hier. Danach gehen wir weiter zur brennenden Schule. Höre. Bestätige. Kehre zum Fass. Höre. Erwarte. Wird gemacht. Verstanden. Bereit. Höre. Bereit. Hübsch. Bestätige. Kehre. Erwarte Anweisung. Personat. Erwarte. Den machst du schön weg. Höre. Bereit. Neuer Einsatzbefehl eingegangen. Der Club wird eingenommen. Gut. Du fährst zur 15. Wir kümmern uns um den Club. Wir gucken mal. Vielleicht reicht ein Swart. Ey, warum rennt der schon rein? Junge, zieh die zurück. Zieh die zurück. Zieh die zurück. Wir sind jetzt auch direkt da. Junge, zieh die Sannis zurück. Oder die Techniker. Fahrzeug in Bewegung. Befehl nicht durchführbar. Bereit. Bestätige. Höre. Transportiere Kriminelle zur Wache. Fahre los. Neuer Einsatzbefehl eingegangen. Erwarte Anweisung. Ein Einsatz wurde abgeschlossen. Bereit. Okay, die Schule, die brennt nicht mehr. Das heißt, ihr könnt hier ein bisschen mithelfen. Fahrzeug in Bewegung. Höre. Bestätige. Erwarte Anweisungen. Gehre zur Basis zurück. Club wird eingenommen. Haben wir. Erstanden. Ein Einsatz wurde abgeschlossen. Höre. Jetzt haben wir es im Griff. Höre. Erwarte Anweisungen. Transportiere Kriminelle zur Wache. Ein Einsatz wurde abgeschlossen. Fahrre los. Fahrre los. Bereit. Höre. Bestätige. Einmal da schön ab durch die Mitte. Heute haben wir wieder alles im Griff. War jetzt ganz kurz vielleicht ein bisschen stressig, aber wir haben es wieder gut im Griff. Das ist jetzt so ein kleiner Umweg, aber so können wir die schneller verhaften. Denke ich zumindest. Hoffe ich zumindest. So ein Teil von mir hofft darauf. Achso, der muss jetzt hier um die Straße alles rum. Ja gut. Was man nicht alles tut, damit es bequem bleibt. Höre. Neuer Einsatzbefehl eingegangen. Arbeiter im Hafen in Gefahr. Transportiere Kriminelle zur Wache. Sind unterwegs. Auftrag ausgeführt. Schnell, schnell, schnell. Höre. Bereit. Wird gemacht. Bereit. Gehre zur Basis zurück. Jetzt kann der zweite Kran auch ran. Erwarte. Höre. Neuer Einsatzbefehl eingegangen. Baustellenbrand. Wo parken wir denn? Ich würde sagen, wir parken hier. Zielorder. Erwarte Anweisung. Selbst verstanden. Selbst bestätige. Höre. Beim eingenommenen Club haben wir jetzt auch alle verhaftet. Ich weiß nicht. Sieben. Sieben. Wir müssten 19 bereits verhaftet haben. Sechs fehlen uns noch. Moment, wir hatten auch die Baustelle. Das heißt, 21 könnten wir sein. Wir hatten ja noch den Baustellenüberfall. Ich glaube, wir sind bei 21 Arrests. Wenn mich nicht alles täuscht. Neuer Einsatzbefehl eingegangen. Brand bricht an der Tanke aus. Sind wir natürlich auch direkt zur Stelle. Wer stellt die Leiter? Ich würde sagen, ich. Weil der Techniker hier anderweitig schon gut zu tun hat. Außerdem sind meine Leitern feuerfest. Ja, ist nicht schlimm, wenn das Ding kaputt geht. Hauptsache, wir verhindern da erst mal, dass es weitere Verletzte gibt. Die Arbeiter haben wir. Den Hafen haben wir. Den Baustellenbrand haben wir. So, wie es aussieht, wird es an der Tanke keine großen Verletzten geben. Außer es macht Big Bum Bum. Ah, macht doch nicht Big Bum Bum. Brennt da ein Schirm? Ja. Na gut, der muss dann ersetzen. Angriff auf Containerzüge. Jawohl. Schicken wir direkt zwei Streifen hin, ne? Supermarkt in Vollbrand. Das heißt für uns, Streifen hin und gucken, dass die Leute da verschwinden. Und die nächsten erfolgreichen Festnahmen. Ich hoffe echt, dass das reicht. Und ihr könnt am Supermarkt in Ruhe arbeiten. Wir sind weg. Sehr gut, Mädels. Schlägerei vor dem Club. Oh, jetzt müssten wir aber alle haben. Ich schicke da nur eine Streife hin, weil das sieht harmlos aus. So. Sollen die Mädels mal ein paar Respektschellen verteilen und dann passt das. Einfach mal mit Pfefferspray schön rein. Jawohl. Das wird easy. Das schreit nach wunderschönen Festnahmen. Jawohl. Wohnungsbrand und VIP-Geiselname. Wir kümmern uns als erstes um die Geiselname. Unterwegs zum Einsatzort. Ein Einsatz wurde abgeschlossen. Jo, bin schon dabei. Unter Beschuss. Unter Beschuss. Wird das neue Einschränkungen. Reicht das? Reicht das? Reicht das? Das ist die große Frage. Ja. Wird reichen. Unterwegs zum Einsatzort. Wenn auch knapp. Hör. Ah, wo ist das? Bestätige. Und jetzt die ganzen Festnahmen. Ein Einsatz wurde abgeschlossen. Hier wollte ich auch noch jemanden hinschicken. Ach so, das ist noch nicht der letzte Einsatz. Bereit. Ein ganzer Wohnkomplex. Und weiter geht's. Die VIP-Geiselname. Da müssen die Leute abtransportiert werden. Ich denke, wir sollten genug Festnahmen haben. Ob das mit den Räubern geklappt hat, das kann ich noch nicht sagen. Ich würde euch dann einfach mal ganz kurz dann auch mit ins Menü nehmen. Und dann sehen wir es ja. So, ab mit denen. Eben hier einfach Geiseln. In meiner Stadt. Ah, brennendes Industriegebiet. Oh, ein schönes Finale. Ah, kreize ich natürlich nochmal schöne Techniker, diese Leiter, ne? Ja, war klar. Also ich ja nochmal was machen kann. Ah, macht mir nichts. Wird trotzdem gut, Game. Kehre zum Fahrzeug zurück. Führe. Kehre zur Basis zurück. Auftrag ausgeführt. Aber das sollten eigentlich genug Festnahmen auf jeden Fall gewesen sein. Vor allem auch keine Verletzten bei unseren Einsätzen als Polizei. Keine Verletzten. Ein Einsatz wurde abgeschlossen. So wie es sein muss. Ich glaube, ich habe aber auch schon mehrfach erklärt, wie man das so koordinieren kann, dass es da halt keine Verletzten großartig gibt. Kann ich auch gerne nochmal machen. Macht mir Spaß sowas. Müsst ihr nur sagen. Aber war wieder eine lupenreine. Ein Einsatz wurde abgeschlossen. Ein lupenreiner Einsatz als Polizist. So sagen wir es. Okay. Okay. Das sind so die Sachen im Chat. Und jetzt ist es drin. Ich kann es eh nicht mehr rückgängig machen. Und es ist ein sauberes Video. Von daher werde ich es jetzt auch nicht rausnehmen. Aber schön, dass... Also falls du es jemals sehen solltest, mein Lieber, viel Glück beim Arzt. Brille gerade für Kinder, weiß ich, aus Erfahrung kann dann manchmal ein schwieriges Thema sein. Viel Glück dabei. Alles Gute auch deiner Tochter dabei. Ich bin mir sicher, du rockst das. Mit der. Ihr rockt das. Was haben wir denn hier schönes? Blau, blau, grün. 250 Tacken auf die Kralle. Nehmen wir gerne mit. Dreimal nur die mit den Fäusten. Das heißt, in dem Sinne nur drei Räuber. Das könnte jetzt echt eng werden. Ja, dachte ich mir. Also die Kriminellen haben wir geschafft. Das kann ich einmal mit zeigen. Aber eine Gruppe von Räubern fehlt. Naja gut, hole ich mir dann noch. Das war es jedenfalls erstmal für heute. Danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.